Als ich eingeladen wurde, heuer mal wieder nach 25 Jahren Gastgeber sein zu dürfen, bei den Liedern auf Bands, mei, ich sag's euch, da hab ich mich so gefreut und noch mehr gefreut, hab ich mich, als ich mitgekriegt hab, wer da alles mitspielt und mitsingt, Aline Cohen wird da sein, Claudia Korek, Dreiviertelblut, Gisbert zu Knüpphausen, die legendären Keimzeit, Pizzerra und ja aus, ja und natürlich mein Herzensfreund Pipo Polina. Und ich, ich wär auch noch ein Polina-Singer, als wer da nicht Lust hat hinzukommen, sich auf die Wiese zu setzen, mitzuträumen, mitzufliegen, mitzusingen, boah, der ist eigentlich selber schütt. Wir sehen uns am 5. und 6. Juli bei den Liedern auf Bands.